Ja, hallo, ich bin die Eva Steinmassen und ich komme aus München, bin mein Leben lang Personalerin und habe jetzt auch eine neue Marke mit Eventure, wo ich dann in der Natur Personalkonzepte mache. Das erste Mal war ich da 2013 und seitdem bin ich schon das fünfte Mal hier. Und habe auch schon einiges hier erlebt und mitgemacht. Manchmal bin ich zwei Wochen, manchmal bin ich drei Wochen. Es gibt ja immer wieder total viele neue Kurse, neben denen es nie jedes Jahr gibt. Du kannst da wirklich gut was lernen. Also hier sind wirklich die Experten der Fachrichtungen, die sie auch weiterentwickeln. Wie zum Beispiel der Matthias Wager von Keith Raves oder Gunther Schmidt oder andere, die halt auch ihr Thema weiterentwickeln und eben Bücher schreiben. Und hier kannst du lernen von denen, die das halt kreieren und nicht der Schüler, der Fühler. Abends gibt es dann auch immer Party oder gute Gespräche mit guten Leuten, weil wir sind von ganz unterschiedlichen Bereichen. Also einerseits gibt es hier viele Leute aus dem Business, aber es gibt auch viele Leute, die Berater, Trainer sind. Und das halt in einer schönen Wärme während der Sommerferien. Und immer wenn ich nach Hause komme, dann sagen mir meine Leute zu Hause, ja, wo war es gut hin, du hast totale Energie. Und das ja, wo war es gut hin, du hast totale Energie, du hast totale Energie. Untertitelung des ZDF, 2020